Die Chinesen sind deswegen heute so groß in der Solarindustrie, weil unter anderem sie denen die Maschinen dafür verkauft haben, um das zu machen. Das ist ein Grund. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also das chinesische Solarwirtschaftswunder basiert bis heute auf europäischer Technologie. Aber der eigentliche Hauptgrund, warum das so stark geworden ist, ist einfach die industriepolitische Ambition Chinas, wo eben seit 15 Jahren mit massiver staatlicher Unterstützung, mit hunderten Milliarden, die dort reingesteckt worden sind, an Staatsgeld bis heute diese Industrie aufgebaut wurde. Aber wie haben denen die Maschinen gekauft? Wie haben sie quasi erst ertüchtigt, um das zu machen? Absolut richtig. Das ist bis heute, also wenn Sie sich mit dem letzten Schrei in China beschäftigen, was an Technologie hingeht, das ist eine Technologie, die nennt sich Topcon. Die wurde 2013 vom Fraunhofer Ise in Freiburg im Preis geentwickelt. Dagegen ist ja auch erst mal nichts zu sagen. Wie? Nur mal ganz kurz. Wir müssen mal verstehen. Wo ist da das Problem? Ich will es nur verstehen, bitte. Ich frage auch nur. Da ist kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Maschinen bezahlt haben, die Chinesen. Und das reicht Ihnen dann? Ja, das reicht mir. Das ist Welthandel. Wir profitieren davon und die profitieren davon. Und am Ende haben beide davon mehr Wohlstand erzielt. Das Problem kommt dann, wenn sich jetzt Meierburger hinstellt und sagt, wir sind zurück in Europa und Deutschland und jetzt wollen wir Geld. Das geht natürlich nicht. Die können natürlich nicht erst die Chinesen ertüchtigen, die Solarpaneelen zu bauen und sich dann hinstellen und sagen, guck mal, wir sind die einzigen in Deutschland, die das können. Das fasst nicht zusammen. Heute, wenn es China nicht gegeben hätte. Es wäre eine kleine Firma heute. Unsere ganze Automobilindustrie hat doch diese Transformation jetzt nur geschafft, eigentlich über China und den Welthandel. Welche Transformation meinen Sie jetzt? Ja, zur Elektromobilität zum Beispiel oder dass sie überhaupt so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind in den letzten Jahren. Also das ist ja kein Erfolgsbeispiel, weil gerade sind ja die Chinesen diejenigen, die hier den Markt für Elektromobilität aufrollen, weil VW es eben zum Beispiel nicht geschafft hat, Kleinwagen und Mittelwagen E-Mobilität anzubieten, sodass sich auch normale Leute das leisten. Es gibt ja eine beeindruckende Zahl dazu. Der Marktanteil von VW bei E-Autos in China 2,4 Prozent. Ich würde nicht sagen, dass das eine gelungene Transformation ist. VW ist nach wie vor, was die Produktionszahlen betrifft, der größte Automobil. Ja, aber wir reden ja jetzt über wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ja, aber Transformation ist eben kein Erfolgsbeispiel. Ja, aber was das Wachstum, was die Transformation in China betrifft, natürlich. Also ich sage mal, wir haben doch davon profitiert, dass China sich wirtschaftlich entwickelt hat. Deshalb ist VW heute, was die Absatzzahlen betrifft, der größte Automobilhersteller der Welt. Okay, dann lass uns mal... Und davon sind doch Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland abhängig, dass das funktioniert hat. Das kann man auch anders sehen. Natürlich kann man das anders sehen, aber... Also vielleicht nochmal zu dem Argument, dass wir Maschinen geliefert haben. China produziert die Module. Die Betonung liegt auf Haben, denn China macht das mittlerweile selbst. Das darauf folge ich gerade hinaus. Auf Basis europäischer Technologie und es gibt ein absolutes Unverhältnis zwischen Maschinenlieferung und dem, was man mit Modulen an Geld verdienen kann, beziehungsweise an Umsätzen generieren kann. Da ist ein Faktor von 20 da drin. Aber das ist noch gar nicht das Hauptargument. Das Hauptargument, warum das ein Problem ist, liegt darin, warum China das überhaupt getan hat. Weil die Solarenergie, wie wir wissen, mit Abstand die bedeutendste Elektroenergieerzeugung der Zukunft sein wird. Und genau aus dem Grund hat China mit einer großartigen industriepolitischen Ambition diese Industrie in Gänze ins Land gezogen. Und wir sind heute abhängig davon. Das ist der Punkt. Das ist alles auch richtig. Aber ich sage mal, niemand hat sie gezwungen, ihre Maschinen nach China zu liefern. Sie hätten die ja auch nach Italien verkaufen können oder nach Amerika. Sie haben es nach China gemacht. Unternehmen haben ja auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, wenn es einen großen Absatz mal gibt, dann liefert er es mal. Aber das ist ja erst mal gut und richtig. Wogegen ich mich wehre, ist, dass da hier immer gleich so eine Riesenverschwörungsgeschichte draus gemacht wird. Verschwörung hat dir keiner was gesagt. Bei aller Skepsis, die man gegenüber China haben muss, hat das dazu geführt, dass der Wohlstand auf der Welt in ganzen Südostasien enorm zugenommen hat. Und der Auslöser waren die Tigerstaaten, war China. Und die ganzen Länder Südostasien haben dazu beigetragen, dass Arbeitsplätze in Deutschland gesichert wurden, aber auch fortentwickelt wurden. Und gleichzeitig, dass in diesen Ländern eben Menschen aus bitterster Armut herausgekommen sind. Und das ist doch etwas Positives. Dem würde ja keiner widersprechen, Frau Hönig. Aber erst mal ganz grundsätzlich. Also Sie sagen, das ist doch gut, die Unternehmen. Und werfen Herrn Erfurt vor, dass er die Maschinen nach China verkauft hat. Also nicht er. Habe ich ihm nicht vorgeworfen. Nein, aber Sie haben gesagt, das habt ihr doch gemacht. Er soll aus meiner Sicht daraus keine Geschichte erzählen. Oder ein Motto, das hat negative Wirkung. Also ich finde schon, dass es negative Wirkung hat. Wir haben hier in diesem Bereich, wie viele Arbeitsplätze haben wir in der Solarindustrie verloren? 120.000. So, die sind einfach weg. Und heute sind wir in der Situation, ich habe die Geschichte auch nachgelesen, das ist schon sehr interessant. Sie haben angefangen, diese Maschinen zu verkaufen. Dann haben die Chinesen schlechte Imitate davon gebaut. Die wollte keiner haben. Und heute sind sie so gut, dass sie die besseren Maschinen herstellen als wir selber. Ist das der Fall? Ist es so? Also mindestens ist das ganze System in China mit Maschinenbau, mit Material, mit Materialien, die man braucht, extrem weit entwickelt. China hat es richtig gut gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Und der Hintergrund, warum die das gut gemacht haben, ist eine industriepolitische Ambition, weil man vor 15 Jahren das Thema für wichtig gefunden hat, über das wir heute in Europa noch streiten. Ganz kurz. Also die Chinesen haben ja auch sehr harte Ansagen gemacht. Und da kommt jetzt die Politik ins Spiel, Herr Schäffler. Und deswegen, finde ich, kann man nicht einfach sagen, das war jetzt einfach nur die Marktwirtschaft, die hat das so geregelt. Ich meine, was dort über viele Jahrzehnte ja passiert ist und bis heute, eine deutsche Firma. Könnten Sie in China einfach eine Firma aufmachen, Mayer-Burger, ganz unabhängig, so wie Sie? Nein. Schwierig. Geht, sicher. Also ganz unabhängig geht es gar nicht. Aber... Sie hätten doch mindestens im Aufsichtsrat, hätten Sie die entsprechenden Leute sitzen. Also ich habe dieser Tage einen Wirtschaftsjournalisten gehört, der sagte, was dort passiert ist, über die letzten 15, 20 Jahre, ist staatlich organisierter Technologie-Diebstahl. So hat er es ausgedrückt. Ja, das Problem ist nicht die Subventionen, die die natürlich gezahlt haben, sondern das Problem ist das ungleiche Spielfeld. Die lassen keine ausländischen Firmen in dem Maße rein. Die sind ja spionageverdächtig, was der Verfassungsschutzbericht heute wieder gezeigt hat. Und das ist das Problem. Nicht das Geld ist das Problem. Und deshalb will ich nochmal auf Herrn Erfurt gerne zurückkommen. Daraus darf er eben nicht ableiten, dass er jetzt hier auch in Deutschland 3 Milliarden vom Steuerzahler haben möchte, damit er da gleiche Spielbedingungen hat. Das geht nicht. Diese Subventionen sind aus verschiedenen... Hat er ja auch gar nicht gefordert, oder? 3 Milliarden. Doch, er hat von Herrn Lindner 3 Milliarden Euro gefordert zum Aufbau und Rettung des Standortes. Sonst wären seine Gebäude... Sie haben, glaube ich, schon andere Gebäude in Aussicht, wohin sie sonst verlagern würden. Und das hat mit Marktwert nicht zu tun. Lass uns gleich darüber sprechen. Nochmal kurz die Frage, Herr Erfurt. Sie könnten in China heute Maschinen kaufen? Auch das ist nicht mehr sicher. Denn China hat zum Jahresende 2022 angefangen, eine Restriktion mindestens mal zu benennen und zu kommunizieren, dass die Technologie, die einst von Europa nach China gegangen ist, nicht mehr exportiert werden darf. Und warum? Ich sage es nochmal, weil man die wichtigste Energieerzeugungsform der Zukunft, die Solarenergie, dominieren und beherrschen will. Diese Geschichte, auf die Sie gerade anspielen, das war so eine kleine Randnotiz, glaube ich, irgendwo an einem Ministerium nicht weiter beachtet. Aber in Wahrheit eine echte Granate. Richtig. Und das war in keiner Weise... Also, wie zu sagen, wir haben jetzt Maschinen entwickelt auf der Basis eurer Technologie. Wir haben sie besser gemacht. Da ist ja auch dieser unglaubliche chinesische Fleiß. Das muss man auch immer, muss man respektvoll sagen. Und haben jetzt richtig was daraus gemacht. Haben offensichtlich erkannt, dass das die Technologie der Zukunft ist. Jetzt sind wir angewiesen sowohl auf die Paneele, die wir hier gerade sehen, als auch auf die Maschinen. Und von den Maschinen sind sich die Chinesen selber nicht mehr so ganz sicher, ob sie uns die in Zukunft noch verkaufen wollen. Das ist absolut korrekt. Ich nenne es maximale Abhängigkeit. Und das zielt auf die Initiativen hin, die es eben außerhalb Europas gibt. Das heißt, Indien hat vor fünf Jahren Größenordnung verstanden, dass diese Abhängigkeit nicht gut ist. Und hat eigene Programme aufgelegt. Und fördert jetzt faktisch Produkte mit lokalem Anteil und eine eigene Wertschöpfung. Und das prominente Beispiel sind die Vereinigten Staaten mit dem Inflation Reduction Act. Der ja nicht nur Geld zur Verfügung stellt, wenn man sich ansiedelt und eine Industrie wieder aufbaut. Sondern der zweite Punkt, der vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist auch ein Marktschutz. Wir haben schon über Xinjiang gesprochen. Xinjiang-Produkte kommen in die USA nicht rein. Es gibt Anforderungen an die Produkte. Und es gibt immer mehr Inzentivierungen, dass man letztlich mit lokalem Content, mit lokalem Anteil, Produktionsanteil Produkte in den USA baut. Da haben sie zwei Dinge. Erstens einen Marktschutz in einem Markt, in dem Abhängigkeiten geschaffen werden. So. Und gleichzeitig perfekte Rahmenbedingungen, um zu wachsen. Und das ist faktisch der Kern des Pudels, weswegen wir auch in die Öffentlichkeit gegangen sind. Im Übrigen nicht mit einer Drohung, sondern mit einer ganz einfachen Feststellung. So interpretiert. Realpolitischer oder realindustriepolitischer Gegebenheiten auf diese Weise. Also Sie würden sagen, Herr Furt, das ist keine Drohung, wenn man sagt, pass auf, Flintner, entweder gibst du mir drei Milliarden, ansonsten wandern wir nach wohin ab? Wo wollen Sie hin? In die USA. In die USA. Okay, das ist keine Drohung? Es ist, nochmal. Ist das eher maffig? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst? Wir können ja unsere Meinungen haben zu dieser Industrie in unserem kleinen Deutschland und in Europa. Ich sage einfach, was hier weltweit gerade passiert. Es hat Abhängigkeiten gegeben von Gas. Da haben wir uns irgendwie rausgefunden zum Glück. Ja, ist spannend. Und haben hinterher festgestellt, hätten wir es bloß mal nicht getan. Und im Solarbereich führen wir eine Diskussion, als wären das ganz normale Produkte, die man ohne Probleme kaufen kann, wo es nie eine Restriktion gibt. Und sehen gar nicht, welchen strategischen Plan China hier wirklich, muss man wirklich bravo rufen, mit einer ganz hohen industriepolitischen Ambition durchgesetzt hat. Bevor wir, glaube ich, im Einzelnen darüber sprechen, Herr Schäffler, ist das nicht der Moment, wo man, Sie sind ja auch schon ein paar Tage dabei, sagen muss, wie konnte uns das eigentlich passieren? Wieso haben wir das so laufen lassen? Ich halte diese These, ehrlich gesagt, für völlig falsch. Also, ich glaube, ja, dass wir industriepolitisch irgendwelche Dinge vorgeben müssen und die Industrien von morgen kennen. Denn das kennt kein Mensch, was in 10, 20 Jahren gebraucht wird. Also, Sie glauben, es könnte sein, dass... Zumindest kein Wirtschaftsminister, sondern auch kein Bundeskanzler. Was wir natürlich machen müssen, ich will es Ihnen gerade erklären, ich will sagen, wir müssen natürlich für Rechtssicherheit auf der Welt sorgen. Also, was Patentschutz, was Wettbewerbsregeln betrifft, da gibt es die WTO, die Welt Trade Organization. Ja, die muss diese Regeln machen und das ist auch die Organisation... Also, da sind die Chinesen ja auch drin. Ja, aber die muss wieder in Gang gesetzt werden. Die sind da schon seit über 20 Jahren drin. Ja, nee, das ist ja zurzeit blockiert, durch die Amerikaner ist das blockiert worden. Da gibt es kein Gericht mehr, das entscheiden kann, weil die Amerikaner die Finanzierung blockiert haben und die Richter blockiert haben. Das muss wieder in Gang kommen. Aber jetzt zu sagen, wir schotten uns jetzt ab oder wir lassen, wir bauen nur noch unser eigenes Zeug. Also, dann katapultieren wir uns ins letzte Jahrhundert, ins vorletzte Jahrhundert. Also, ich sage mal, die Erfolgsgeschichte ist doch, dass wir Handel treiben, dass wir uns austauschen. Und dass Länder auch strategische Entscheidungen mit berücksichtigen, ist richtig. Ist richtig, aber da müssen wir halt auch... Aber wir halt nicht. Ja, aber wir haben vielleicht einen anderen, weil Sie am Anfang über Moral und Werte gesprochen haben, wir haben eben einen anderen Ansatz. Wir sagen, wir setzen auf den Einzelnen, auf das Individuum, auf die Unternehmer, die Dinge entwickeln. Ja, da gibt es keinen Zentralrat, der entscheidet jetzt, investieren wir in Solarzellen, sondern bei uns entscheidet das Unternehmen im Einzelnen, was gemacht wird. Noch mal ganz kurz, Sie sagten gerade, wenn wir das so machen würden, dann schießen wir uns selber zurück ins letzte Jahrhundert. Das Argument verstehe ich nicht. Ja, weil, ich sage mal, wenn wir alles selbst hier in Deutschland produzieren würden, dann wäre es so teuer, dass es im Zweifel keiner kaufen würde. So einfach ist es. Sie glauben nicht, Sie deuteten gerade an, wer weiß, was in zehn Jahren ist, vielleicht ist da Photovoltaik gar kein Thema mehr. Sie meinen, wir können heute gar nicht wissen... Ja, aber ob jetzt die Photovoltaikanlage, die er heute baut, ob die in 20 Jahren noch Stand der Technik ist, wissen wir ja gar nicht. Ob das das Unternehmen ist, die sind jetzt sehr innovativ, ich habe mich im Vorfeld auch informiert, hoher Wirkungsgrad, ja. Aber ob Sie diesen Innovationsniveau fortführen können auf Dauer, weiß ich nicht. Ja, das wird der Wettbewerb entscheiden. Haben Sie in der Vergangenheit mal über solche Themen die Frage, ob man irgendwann sagen muss, okay, auch wenn das die klassische FDP-Position ist, das macht irgendwie der Markt. Mal darüber nachgedacht, überlegt, was sozusagen die Vision ist, was die Zukunft ist und ob man das wirklich so machen kann. Auch wenn man dann sieht, die Chinesen haben, glaube ich, 50 Milliarden in ihre Solarindustrie investiert. In den letzten... Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Jetzt kommen die Amerikaner mit dem... Also eigentlich mit Staatsgeld. Die Unternehmen natürlich auch noch. Genau. Das heißt, sitzt man da irgendwann mal zusammen und überlegt irgendwann, was weiß ich, 2015, 2014, uns überlegt, was ist eigentlich der Weg? Wo geht die Reise hin? Gibt es solche Momente in der deutschen Politik? Wir haben ja jetzt durch die Pandemie und auch durch den Ukraine-Krieg durchaus eine Bewusstseinsveränderung, weil die einzelne Abhängigkeit von einem Land ist vielleicht nicht so gut. Das haben wir bei Russland erlebt, das erleben wir jetzt auch bei China. Aber was machen die Unternehmen in solchen Fällen? Sie versuchen, ihre Lieferketten zu differenzieren und ihre Strategie zu ändern. Und wenn sie es nicht tun, dann laufen sie eben Gefahr, wie in Russland oder wie in China, irgendwann mal durch irgendeine politische Entscheidung hinweggefegt zu werden. Das heißt, es ist im unternehmerischen Interesse zu differenzieren und das werden die Unternehmen auch tun. Also diese grüne Revolution, die da gerade tatsächlich weltweit auch wirklich gestaltet wird, Sie haben sich dazu mal eingelassen. Ich finde das ganz interessant. Schon ein paar Jahre her. Sie erinnern sich? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Die Kollegen sind da mal ins Archiv und haben eine interessante Einlassung von Ihnen gefunden. Ich weiß nicht, ob in der Regie das gerade vorliegt, aber vielleicht können wir das mal zuspielen. Bitte schön. Wir haben in verschiedenen Fragen Reden und Handeln nicht zusammengebracht. Wir haben auch als FDP die Energiewende in Deutschland aktiv mit angestoßen. Also die Abschaffung der Atomkraftwerke von heute auf morgen. Die Einleitung einer Energiewende, die eigentlich eher planwirtschaftlichen Grundsätzen folgt und weniger marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Das führt dazu, dass die Energiepreise in Deutschland steigen durch die starke Förderung erneuerbarer Energien. Und das macht die deutsche Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig. Und das führt unter dem Strich eben dazu, dass mittelbar auch Arbeitsplätze gefährdet werden. Auch das passt eben zu einer liberalen, zu einer Partei, die Marktwirtschaft, die das Recht schätzt, eben nicht dazu. Interessant, ne? War doch ein guter Beitrag. Sie sind sich treu geblieben, könnte man sagen. Sie sind sich treu geblieben. Aber war das eine Fehleinschätzung? Ich würde sagen, nein, der plötzlich Atomausstieg war 2013 ein Fehler. Und dass wir die Kernkraftwerke jetzt abgeschaltet haben, war auch ein Fehler. Ja, aber Frau Höning, warum haben Sie gerade so gelacht? Oder sich amüsiert, nicht gelacht. Ich habe mich amüsiert, weil der Weg bereitet wurde, zu sagen, Philipp Rössler war ja damals der Bundeswirtschaftsminister. Und der ist ja am Ende der Totengräber der deutschen Solarindustrie gewesen. Aus berechtigten Gründen. Wir erinnern uns vielleicht als Verbraucher daran, das war die Zeit, als Solardachbesitzer 50 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung bekommen haben. 50 Cent. Heute kriegt man, wenn man ein Balkonkraftwerk hat oder auf dem Dach, 8 Cent von seinem Stadtwerk. 8. 8 Cent. Und die Verbraucher mussten es damals mit einer irre hohen EEG-Umlage zahlen. Die war ja ein Problem für die Bürger und die Industrie. Jetzt wurde sie ja endlich endgültig abgeschafft. Aber Philipp Rössler hat damals eben als Bundeswirtschaftsminister eine Vollbremsung gegeben. Und binnen vier Wochen wurde die Förderung dramatisch gecuttet. Und wenn Sie die Planungssicherheit hochhalten, ist das natürlich extrem schwierig. Da hat man in der Industrie dann doch ziemlich den Saft abgedreht. Das ist ja immer das Problem, wenn man mit Subventionen versucht, eine Industrie hochzufahren. Wenn man das dann abbauen will, dann ist der Schmerz immer besonders groß. Ja, und darum frage ich mich, warum stimmt Ihr Finanzminister einer 10 Milliarden Euro Subvention für Intel? Naja, es war erstmal... Der Ball lag auf dem Elfmeter, der Torwart war gerade nicht da. Also wenn ich das richtig den Medien vernommen habe, war Christian Lindner dagegen. Es war am Ende die Entscheidung des Wirtschaftsministers, das zu machen. Ist nicht Ihr Wirtschaftsminister, aber... Jetzt auf dem Geld. Als Finanzminister hat er immer das vorletzte Wort und dann kommt der Kanzler. Es kommt zumindest nicht aus dem Kernhaushalt des Haushaltes, ja, sondern... Was wichtig ist, sagen zu können, wir waren es nicht. Nein, nein, ja, aber es war am Ende nicht die politische Entscheidung von Christian Lindner, sondern das wollte Herr Habeck, wollte diese 10 Milliarden... Und Christian Lindner wollte sie nicht. Nee, der wollte sie nicht. Sie wollen sie auch nicht. Hat er auch aus meiner Sicht mehrmals erklärt. Sie wollen sie auch nicht. Ich will sie auch nicht, aber das ist am Ende Regierungshandeln, das auszureichen. Ich halte es auch für falsch, ehrlich gesagt. Also 10 Milliarden ist unheimlich viel Geld. Ja, ja, ist richtig. Also ich will das mal sagen. Wir investieren pro Jahr in die Schiene, in den Bedarfsplanschiene, 2 Milliarden. Und da wird für ein Unternehmen 10 Milliarden ausgegeben. Waren wir schon mal besser, ne? Wir waren schon mal besser bei der Schiene, wenn ich jetzt... Nee, die Investitionen für den Schienenbedarfsplan waren noch nie so hoch in den letzten 15 Jahren. Aber das ist ja auch lustig, dass jetzt ein FDP-Vertreter zum Bahnprotégier wird. Ihr Verkehrsminister tut ja gerade nicht so richtig viel dafür. Ja, aber doch, der macht sehr viel dafür. Aber Sie würden es nicht machen, auf jeden Fall. Sie würden es nicht machen. Nein, ich würde es auf keinen Fall machen. Ich halte das für einen großen Fehler. Dann kommt Intel halt nicht, ne? Nach Magdeburg. Ja, dann müssen Sie... Ich meine, wir halten den Wettlauf... ...der Subventionen international nicht aus. Die Amerikaner oder die Chinesen, die sind im Zweifel immer besser. Okay, aber ganz kurz... Das ist auch nicht unser Wirtschaftsmodell, Industrien zu pampern. Das halte ich für völlig falsch. Am Ende zahlen das... Industrien pampern ist ja die Übersetzung für Arbeitsplätze. Ja, was heißt Arbeitsplätze? Wir haben in Deutschland faktisch Vollbeschäftigung. Faktisch Vollbeschäftigung. Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Das, was jetzt an 10 Milliarden bezahlt werden muss, das zahlen doch Unternehmen in Deutschland. Der Handwerker, der muss das bezahlen. Ich will nur sagen, was die Konsequenz ist. Also die Konsequenz wäre dann, Intel würde nicht kommen und Herr Erfurt würde mit seiner Firma endgültig nach Amerika gehen. Ist das eine Conditio sine qua non? Also Sie würden sagen... Herr Leitz, dass wir ein Problem haben, was unseren Standort betrifft, das ist keine Frage. Also dass wir zu hohe Bürokratiesteuerlast haben und so weiter. Dass wir zu langsam sind im Planungsbereich. Deshalb machen wir jetzt das Planungsbeschleunungsgesetz. Das ist völlig klar. Aber ich meine, wir müssen an die Ursache gehen und nicht versuchen, dagegen anzusubventionieren. Das halten wir nicht durch. Frau Hubert, Sie, die Sie auch Unternehmerin sind, wie schauen Sie da drauf? Wie diskutieren Sie das? Ich höre, dass Sie regelmäßig einen Joe Fix beim Vizekanzler haben. Ist das richtig? Richtig, wir treffen uns in jeder Sitzungswoche. Wir sind ja auch im Wahlkreis ab und zu. Das heißt, Sie beraten Robert Habe. Na, das ist ja ein Miteinander. Das, genau. Tauscht sich aus. Es ist ja, ich wollte ja nur mal kurz... Aber sollte Herr Erfurt seine 3 Milliarden kriegen und sollte Intel seine 10 Milliarden kriegen? Frage. Wir müssen uns doch mal ehrlich machen als Land. Was ist, wie wollen wir die Wirtschaft in Zukunft hier haben? Das meine ich. Und das ist nicht pampern, sondern wir wollen ja mal auf dem weißen Blatt Papier sagen, was sind denn die Zukunftsfelder? Das ist Wasserstoff. Das ist die Chip-Industrie. Weil ohne einen Chip fährt kein Tesla, fährt kein E-Auto. Da gibt es kein Windrad, kein Computer, kein X. Sagen Sie doch VW. Sagen Sie doch VW. Kein VW. Das ist ein deutsches Medium hier. So. Deswegen sagen wir jetzt... So patriotisch müssen wir doch heute noch sagen. Da haben Sie recht. Grüße nach Niedersachsen. Also wir müssen uns doch mal ehrlich machen, welche Industrien wir hier in Europa, in Deutschland stark in der Zukunft auch brauchen. Und deswegen finde ich das sehr richtig, weil Intel sagt ja nicht 10 Milliarden und das ist irgendwie unsere Kondition, sondern die bringen ja auch was mit, nämlich 20. Und das ist die größte Investition in der deutschen Geschichte aus dem Ausland. Und wir geben denen 10, die bringen 20 mit. Genau. Und damit entsteht eben. War nicht gut die Mathe, aber das... Genau. Also es ist ja nicht nur geben, es ist auch nehmen. Ich glaube, es ist sogar noch mehr, ne? Mit dem, was drumherum entsteht, zuliefer. Und wir sind ja da auch total abhängig. Also wir haben ja gelernt aus der Solarindustrie-Situation, die wir ja jetzt hier nochmal schön miteinander rekonstruiert haben. Das wäre nie wieder, weil die ganzen Chips kommen nämlich auch aus Taiwan, die kommen aus China, die kommen aus Korea. Und wir müssen ja da auch eine gewisse Unabhängigkeit schaffen. Und deswegen diesen Plan, was wir in der Zukunft haben und was wir hier ansiedeln wollen, das muss eben aktive Industriepolitik leisten. Und für die steht eine sozialdemokratische Fraktion im Deutschen Bundestag. Okay, Ladies first und dann Herr Erfurt. Das ist der verräterische Satz, wir müssen einen Plan haben. Nein, der Staat muss keinen Plan haben. Doch, finde ich schon. Der Staat weiß es nicht besser. Also was der Staat weiß, was die Mode von in zehn Jahren ist, haben wir in der DDR erlebt. Naja, wir sind ja jetzt nicht um Rosen, Socken und so, sondern um Industriepolitik. Apropos Sachsen-Anhalt, meinen Sie? Und wenn die Solarzellen nicht aus Deutschland kommen, weil es sich hier nicht lohnt, weil es hier für ein Unternehmen nicht attraktiv ist, dann ist das kein Problem. Aber wir sind jetzt bei Chips. Handelsdiversifizierung. Wir sollen nicht alle Solarzellen aus China kaufen. Genau den Fehler sollen wir nicht wiederholen, wie wir es in der Gaskrise gemacht haben. Aber wir müssen nicht die Solarzellen in Deutschland produzieren. Wichtig ist, dass wir verschiedene Quellen haben. Und dieser Subventionswettlauf, wohin soll das führen? Jetzt sagt Meier Burger, ich gehe weg, wenn ihr mir nicht was gebt. ThyssenKrupp sagt das nächste Woche auch. Wenn ich nicht die zweite grüne... ThyssenKrupp mit grünem Stahl. Genau, eine Anlage bezahlt der Staat den. Die brauchen aber vier. Genau, da reden wir über wie viel Geld? Zwei Milliarden kriegt ThyssenKrupp jetzt, um einen Hochofen umzurüsten zu einer klimafreundlichen Direktreduktionsanlage. Die Idee ist sozusagen, ich sage es nur ganz kurz für das Protokoll, den Hochofen, den Stahl mit grünem Wasserstoff herzustellen. Das ist ja die Idee. Bisher ist das so, dass das Eisenerz kommt an und da wird mithilfe von Kohlenstoff der Sauerstoff rausgezogen, sodass wir Roheisen haben. Und die Zukunft ist, dass wir mithilfe von grünem Wasserstoff den Sauerstoff rausziehen und so Roheisen bekommen. Eine tolle Technologie. Aber ThyssenKrupp baut jetzt eine Anlage, die brauchen aber vier, um den Standort Duisburg auf dem gleichen Niveau zu halten. Und wohin soll das führen? Genau, wir zeigen jetzt, dass es einmal geht, dass es wirtschaftlich funktionieren kann, grünen Stahl und damit sind wir Vorreiter. Ohne Stahl kein Windrad und ich will doch jetzt nicht sagen, tschüss ihr Lieben, wir lassen jetzt all das mal sein. Also wir machen jetzt keinen Stahl mehr, die Grundstoffindustrie ist auch egal, Chemie brauchen wir nicht. Was bleibt denn dann im Land? Nein, aber der Staat kann doch sich nicht erpressen lassen. Der kann, wenn das Beispiel Intel und Mayer Burger jetzt Schule macht, dann geht doch jeder Konzern in Deutschland hin, der irgendeine Investition haben möchte und schreibt Christian Lindner einen Brief und sagt, entweder Du gibst mir ein Drittel dazu über Intel oder ich So einfach geht es ja nicht, wie wir gerade gelernt haben. Naja, es gibt ja im Ruhrgebiet das Beispiel von Nokia vor vielen Jahren, wo die mit viel Subvention nach Bochum gelockt wurden und als die Subvention weg war, auslief, sind sie nach Bulgarien oder Rumänien gegangen. Also ich meine, das ist keine nachhaltige Wirtschaftspolitik, sondern nachhaltig ist, wenn man die Grundlagen setzt, damit Unternehmen freiwillig sich hier entwickeln und nicht über Subventionen. Aber die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Es gibt den IRA, also den Inflation Reduction Act. Ist ja auch interessant, das Ding heißt Inflation Reduction Act, also es geht offiziell um die Reduzierung von Inflation. Da geht es ja um alles, aber nur nicht um das Reduzieren von Inflation. Das Gegenteil wird das sogar reichen. Schulden, produzieren, Inflation. Genau, aber clever gemacht, wenn man so will. Was würde das, Herr Furt, für Sie bedeuten, um das mal zu verstehen? Also was ist für Sie so interessant daran, in die USA zu gehen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Vielleicht nochmal grundsätzlich. Wir erpressen niemand. Das machen wir nicht. Wir drohen auch niemanden. Nein, wir spitzen hier ein bisschen zu, ja. Wir benennen bloß einfach, was in dieser Welt läuft. Sie machen ein Angebot. Genau. Wir machen ein Angebot, genau. Wir weisen nochmal mit einem Weckruf darauf hin, was auf dieser Erde gerade passiert. Dass eine Dauersumfessionierung in der Wirtschaft keine nachhaltige Lösung sein kann, wenn die ganz breit erfolgt, völlig d'accord. Das ist sicher auch nicht für einen europäischen Unternehmen das Instrument ist, das man anwenden sollte, auch d'accord. Aber zum einen findet auf dieser Erde gerade eine industrielle Revolution statt, nämlich eine grüne Revolution. Es wird sich so viel verändern. Es werden sich Antriebe verändern. Es wird sich energetische Grundlagen verändern. Und darauf stellt sich die Weltindustrie ein. China hat es schon vor einer ganzen Weile erkannt. Das habe ich schon erklärt. Die Amerikaner haben verstanden, dass sie, wenn sie damit spielen wollen, auch ein Instrument brauchen. Das ist der IRA. Der im Übrigen zu massiven Investitionen führt. Also wir haben ja in dem Brief geschrieben, dass wir schon Gebäude haben. Ja, das ist ja schön. Das ist gar nicht so einfach, in den USA überhaupt noch ein Gebäude zu finden. Das ist keine Drohung, nur ein Angebot und eine kleine Sache, die nicht er hinweist. So ein Run dort läuft. Und Europa kann sich jetzt und Deutschland gerne noch zwei, drei Jahre unterhalten, ob das ein gutes Tool ist oder nicht. Es wird einfach dazu führen, dass diese Transformation der Wirtschaft und diese neue industrielle Revolution woanders stattfindet. Und deswegen halte ich die Diskussion für mindestens ein bisschen naiv. Und ich finde sie auch ein bisschen doppelzüngig. Denn wir tun ja gerade so, oder ich spreche es mal Herrn Schäffler an, als hätte es in Deutschland nie irgendwie Subventionen gegeben. Was ist in der Kohlepfennig gewesen? Was sind Subventionen gewesen für den Kohlepferber? Sie können doch nicht als Unternehmer sagen, ich investiere nur, wenn ich Staatsgeld bekomme. Also das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist eine andere. Wie gesagt, das ist kein Problem, wenn Sie die Solarzellen nicht in Deutschland produzieren. Machen Sie es woanders und wir kaufen die dann gerne auch, wenn Sie in den USA die herstellen. Ja, das Problem wird nur sein, dass in den USA die Solarzellen nicht wieder zurückkommen. Wie viele Arbeitsplätze hängen denn da dran, bitte? Also was wir auch nicht gesagt haben, ist, dass wir... Sie produzieren in Sachsen-Anhalt. Wir produzieren in Sachsen-Anhalt. Wie viele Jobs sind da? Wir haben in Ostdeutschland 1.000 Mitarbeiter. Wie viele? 1.000. 1.000, okay. Und die sind auch nicht gefährdet, denn wir haben Bestandslinien. Es geht grundsätzlich darum, wie wir weiter investieren. Machen wir das hier oder machen wir das in den USA? Sie wollen, Sie wollen, wie viel Gigawatt produzieren Sie im Moment? Wir haben eine Nominalkapazität von 1,4 Gigawatt. 1,4. 1,4, das klingt sehr viel, ist aber im Weltmaßstab noch sehr klein. Genau, der größte chinesische Hersteller macht 45, kann das sein? Nein, viel mehr. Noch mehr? Richtung 80 Gigawatt. Genau, ich habe gelesen, die machen 45 und wollen auf 90 hoch skalieren. Genau. Einer. Einer. Und da gibt es mindestens acht große. Genau. Und es kommen immer wieder neue dazu. Aber zu Ihrer Frage zurück, was passiert in den USA, wenn wir dort hinkommen? Zum einen gibt es über den IRA hinaus noch weitere Instrumente, die die USA anwenden. Es gibt also auf Staatsebene, auf Bundesstaatenebene, teilweise auf Stadtebene, wo man sich niederlässt, nochmal eine Förderung. Bares Geld. Es gibt ein Darlehensprogramm des Department of Energy, wo man zinsvergünstigte Darlehen erhält. Und dann gibt es den IRA. Der IRA alleine bedeutet, dass man pro Gigawatt Produktion pro Jahr 110 Millionen US-Dollar erhält als Solarhersteller, der Solarzellen und Solarmodule produziert. Das wäre in unserem Fall so, dass wir zwei Gigawatt aufbauen würden. Wir haben ein Solarmodulwerk in den USA schon in der Entstehung. Und es geht jetzt, das ist in der Nähe von Phoenix, Arizona. Das wird gerade gebaut, das ist auch bekannt. Und jetzt geht es darum, wird die Solarzelle, die dazugehört, auch dort gebaut. Warum? Weil vor circa vier Wochen die US-Steuerbehörde, IRS, eine Entscheidung bekannt gegeben hat, dass man für einen weiteren Tax Credit, eine Steuergutschrift, auf Ebene der Installateure, die Solarparks installieren, nochmal eine Gutschrift bekommt, wenn die Solarzellen in den USA gefertigt sind. Damit garantiert, zwangsarbeitsfrei, aus Silizium, das in der Regel aus Deutschland kommt, von Wacker, beziehungsweise aus den USA, um faktisch ein Lieferkettengesetz ein Stück weit mit Gewalt durchzudrücken. Und jetzt geht es darum, eben zu entscheiden, für uns bauen wir die Solarzelle auch dort drüben auf. Und dann sind wir bei zwei Gigawatt. Und das sind dann zweimal 110 Millionen, 220 Millionen. Das kriegen Sie fünf Jahre bis 2029 in Gänze. Das sind 1,1 Milliarden. Und ab 2030, 31, 32 geht das so ein bisschen runter. 33 ist es... Herr Schäfer, wollen Sie Christian Lindner kurz anrufen? Natürlich kann man jetzt mit Protektionismus oder mit staatlicher Förderung irgendwie versuchen, Industrie anzulocken. Aber historisch hat das noch nie richtig geklappt. Ich glaube nämlich, dass was nicht gesehen wird, ist, dass das, was in Amerika gemacht wird, ja von den Amerikanern irgendwie auch bezahlt werden muss. Also das, was da investiert wird, kann nicht an anderer Stelle investiert werden. Ja, irgendeiner, das Geld ist ja nur einmal da. Also irgendeiner muss es ja bezahlen. Und hier entscheidet der Staat, dass er gewisse Industrien fördern will. Aber andere, die vielleicht nicht im Fokus der Politik sind, die gehen dann leer aus. Die müssen sogar bezahlen über die Steuern. Sie machen mir Angst, wenn Sie als Unternehmer leuchtende Augen kriegen, wenn Sie diese ganzen Programme aufzählen, wo Sie von wem welches Geld abgreifen, dann macht mir das Angst. Aber wenn wir das übertragen auf Deutschland, müssen wir ja auch sehen, das fällt nicht vom Himmel, das Geld, sondern das erwirtschaftet die Verkäuferin bei Karstadt und das erwirtschaftet der Handwerker über seine Steuern. Und die sollen diesen ganzen Subventionswettlauf bezahlen, der am Ende zu nichts führen wird, außer dass die Unternehmen die Staaten gegeneinander ausspielen. Das werden wir sehen, ob das zu nichts führen wird. Die Zunahme an Investitionen in Industrieproduktionen in den USA ist auf einem höchsten Niveau im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und dieses Modell über diese Steuergutschriften in den USA führt dazu, dass eine Industrie, die sonst ja gar nicht entstehen würde, entsteht. Es ist ein temporäres Programm. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass diese Industrien dann nicht entstehen würden? In Europa? Nee, in Amerika. Sie sagen doch gerade... Sie wird entstehen, habe ich gesagt. Ja, aber Industrie entsteht auch ohne Staat. Sie sagen ja nur, die würden entstehen durch diese Subventionen. Die entsteht im Bereich der Solarenergie und in den erneuerbaren Energienbereichen nicht ohne diese Intervention, weil China andere Rahmenbedingungen setzt. Ja, da müssen wir über die Rahmenbedingungen reden, aber nicht über das Geld. Sie können gerne immer über Spielregeln, schutzgeistigen Eigentums, über alles können wir reden, aber nicht über Geld, das ist Anti-Unternehmerisch. Dann wäre die Logik die, die Herr Schäffler schon gesagt hat, dann müsste jemand den Mut haben, zur WTO zu gehen und dafür zu sorgen, dass es nirgendwo auf der Welt Solarsubventionen gibt. Ja, oder zumindest nach gewissen Regeln. Dann hätten wir einen wirklichen Fernwettbewerb. Ja, absolut. Und ohne den haben wir den nicht. Das ist ja das, was die WTO macht. Ist schon klar. Also die sagt, bestimmte Arten von Hilfen sind erlaubt, aber man darf es nicht übertreiben und das ist ja auch richtig. Aber da wird ja gerade Geld reingebuttert in einer Dimension, das ist unvorstellbar. In Europa haben wir übrigens auch mehr Geld als der Inflation wieder geschneit, aber es ist viel zu kompliziert und es lässt sich nicht gut ab. Deswegen, kurze Frage, zum Schluss noch, Herr Furt, Sie sagen, A, Genehmigungsverfahren in den USA, es geht wahnsinnig schnell. Wie schnell haben Sie Ihre Genehmigung, um eine Fertigung hochzuziehen, wie lange dauert es so was? Das dauert, das dauert wenige Wochen, das geht wirklich schnell. Wie lange dauert es bei uns, Frau Huberts? Also so ein Antrag bei der EU, fast zwei Jahre. Wie viel? Fast zwei Jahre, also so 21 Monate ist jetzt so ein Beispiel aus letzter Woche, was mir jetzt umgetragen wurde. Und dann geht es aber auch schon los? Dann kann man dann auch nochmal warten, bis das Geld kommt. Dann hat die EU sich das angeguckt und das Projekt ist notifiziert, also genehmigt und das dauert dann auch noch, bis das Geld kommt. Also es ist wahnsinnig komplex, die ganzen Nachweispflichten danach. Also das ist absolut viel zu träge für eine Welt, die sich schneller dreht. Das ist nicht dieses Neu-Deutschland-Tempo, von dem Ihr Kanzler mal redet. Nee, die EU muss noch mitmachen. Okay, ich verstehe. Okay. Und die zweite Frage, verdienen Sie Geld, Herr Furtier, in Deutschland? Läuft das profitabel für Sie? Läuft es gerade gut? Wir sind ja im Aufbau, planmäßig. Wir haben vor drei Jahren angefangen, haben übrigens nur privates Kapital aufgenommen, eine Milliarde, ohne Staatshilfe. Also das ist nochmal eine wichtige Klarstellung. Und sind gerade im Aufbau und im Hochlauf und beabsichtigen dann mit in einer entsprechenden Skala auch die Gewinnschwelle. Und würde Ihnen helfen, letzte Frage zum Thema Subvention, dieser Industriestrompreis, ist ja auch heute Thema gewesen. Da würde uns tatsächlich weniger helfen, es wäre natürlich schön, wenn Strom etwas weniger kostet, weil wir nicht so viel Energie verbrauchen. Aber die Grundstoffindustrie, Silizium zum Beispiel, ohne einen Industriestrompreis glaube ich nicht, dass man in Europa langfristig diese Produkte produzieren kann. Weil in China dieser Strom auch subventioniert wird und in den USA auch. Wir sind immer wieder bei dem gleichen Thema. Und jetzt Frage an Sie. Aber das ist ja der nächste Sündenfall, den diese Regierung produziert, Industriestrompreis. Da werden Milliarden... Noch haben wir es nicht, da kommt Euro-Rebell wieder durch. Da sollen Milliarden ausgegeben werden, um 2000 Unternehmen, Chemieunternehmen und auch Maschinenbauer zu subventionieren. Und 38.000 Industrieunternehmen sollen nichts bekommen. Deshalb haben die Familienunternehmer ja zu Recht auch gesagt... Entschuldigung. Die nächste Distanzierung. Die Familienunternehmer haben ja schon zu Recht gesagt, das machen wir nicht mit. Das ist eine Subvention für Konzerne. Aber haben Sie gemerkt, was hier passiert? Ja, die ändern wir gerade. Das ist doch total interessant. Hier sitzen sozusagen zwei Drittel der Ampel und beide sagen sofort, na, 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 na. Also das wird nicht kommen. Aber aus dem grünen Wirtschaftsministerium hören wir, das Ding wird wahrscheinlich kommen. Das ist doch der Plan. Entschuldigung, ich habe nur gesagt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, wird es nicht kommen. Weil es gibt ja noch kein fertiges Konzept und deswegen sind wir ja noch mitten in der Beratung. Weil ich bin nämlich auch dafür, dass wir niemanden, also dass wir es nicht zu eng fassen und die Familienunternehmen natürlich jetzt nicht leer ausgehen, sondern wir müssen uns überlegen, wen wollen wir denn helfen? Aber Sie wollen, dass die Subvention kommt, der Industriestrompreis? Eine temporäre Brücke. Denn das Problem ist ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Kosten sehr hoch sind. Und wir müssen die Brücke bauen, bis wir dann mal die Erneuerbaren günstig und gut und viel verfügbar haben. Und deswegen temporär als Brückenstrompreis. Und Sie, Herr Schäffler, sind? Ich halte das für eine falsche Strategie. Überraschenderweise dagegen. Ja, weil ich glaube, da zäumen wir das Pferd von der falschen Seite auf. Wir müssen gucken, dass wir insgesamt für alle Bürger, die Strompreise reduzieren, die Stromsteuer beispielsweise senken und nicht. Oder mehr Angebots schaffen. Wir haben ja selbst ein Stück weit dazu beigetragen, dadurch, dass wir jetzt sechs Kernkraftwerke in Deutschland abgeschafft haben. Das hat auch dazu geführt, dass der Druck auf der Angebotsseite zugenommen hat und die Preise insofern auch hoch sind. Und da sollten wir eher schauen, dass wir dafür sorgen, dass wir hier mehr Angebot am Markt haben. Jetzt sehen wir ja wieder, dass die Industrie in gewisser Weise den Hals nicht voll bekommt. Sechs Cent hat Herr Habeck ja angeboten. Dann sagt der VCI-Chef, er hätte lieber vier Cent. Ja, oder gleich ganz umsonst. Ich hätte lieber drei. Und deshalb, also diese Subventionsmentalität der deutschen Unternehmen, die ist beängstigend und da müssen wir davon zurückkommen. Wir brauchen keinen Industriestrumpreis. Lassen Sie uns doch die Stromsteuer für alle senken. Da hat auch der Handwerker was davon. Wir werden dieses Thema noch ausführlicher und ausgiebiger noch diskutieren. Donner Runyon. Vielen Dank.